Von, von ZONE Er hat auch die Mittagszeit geschrieben, er kommt in anderthalb Stunden Der R6 Gamer klar Er kam auch an, er hat mit mir Rainbow gespielt Als seine Freundin vor 3 Stunden weg war, er hat mit mir 3 Stunden an Rainbow gespielt Ekelhaftigkeit Ach man, ich wollte gerade einen Joke reißen, Tim, Mann ey Oh Tim, ich weiß ja was wir wieder machen können in der Verteidigung irgendwann Bob Baum, Rainbow Six Ja das ist der R6 Gamer-Clan Das ist der Iraner-Clan Die denken sich so Also wenn ich mich nach Rainbow benennen, dann geben die mir bestimmt Bobs und pushen mich Sind die nicht unten? Oh mein Gott Oh mein Gott Mit Schall gedämpfter Schottgarten Oh Jäger-Clatch, Grüße gehen raus Capcon hat nichts drauf, Capcon hat nichts drauf Oh mein Gott, Alter, ich schreib gleich mal an 5 Sekunden Meldet den wir alle Warum? Trink zwar eh nichts, aber scheiße, ja Ein weiteres Standort des Biogefahrgut Behälter Nicht förderliches Verhalten, ne Alter, ob du gleich immer noch auf Deutsch willst Hä? Capcon hat nur noch 40 Leben, Capcon hat nur noch 40 Leben Capcon hat nur noch 40 Leben ist ein Drop, warum? Sprengladung steht Sprengladung steht Wetten, das ist ne Claymore? Wetten wir den Capcan Sprengladung bereit Bereit Hä? aber ich wusste halt da wo war der denn ecco fickt mich jungs job zum achten da war so ein kleines ja du kannst du kannst du kannst du komplett durchrennen auch jäger fick dich aber wirklich die 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 ekodrohene fiktig laden auch bei dem Der kommt, der kommt, der kommt. Wow. Uh oh. Ich hab Bock. Einer ist down. Nein, oben ist Blitz verletzt. Snack, was machst du? Ist er auf dich fokussed? Ja, ich glaub so. Ist er links oder rechts? Der ist links. Zumindest war er links. Nicht, dass er seitenswitcht hat, Alter. Hab keinen Fall, ist noch da. Ich weiß noch, da kommt's. Also, chill. Pass auf, die haben jetzt noch Blitz. Der war verletzt. C.P. Na ja, den schieß ich in die Hand, Alter. Kann dir nix. Hoppa, geht auf. Loll. Blitz Haupteingang. Zürgensperre ausgelöst, er kommt. Hab ich. Marco bleibt safe. Marco ist nie drin, hier noch. Denk dran. Ja, Marco muss safe bleiben, Marco. Zürgensperre ausgelöst, easy. Er hat ne... Warte mal. Er hat nur noch 10 AP vielleicht. Kommt jetzt hier, Marco. Er ist schon dort. Immer noch. Pingen wir nochmal hin. Noch mal pingen, noch mal pingen. Ah, fuck. Der war direkt da vorne noch nicht. Jetzt, Marco. Jawoll. Aber es war nicht mehr der, lol. Jetzt war er's. Alter, der hat auf mich gefokust. Was ein guter Call, Marco. Mhm. Soll ich mal unten in der Mitte? Ja, Jäger hat wieder geglitscht. Er hat vor sich ein Schild und steht mit seinem... Ja, mach mal. Wenn er ansetzt, dann fick ich ihn. Setz mal an. Okay. Warte, ich versuch den jetzt zu verbrennen. Den elendicken Mongo, alter. Männer kann bitchen, pass auf. Ja. Ja, Jäger sitzt, Jäger sitzt in seinem Schild. Ja, moin. Jäger hat einen. Wow, 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 wow. Dann ähm du ab. Von wo denn's bereit? Ja, bandet. Im anderen Gebäude. Ja, hier ist, ähm, Smoke drin. Marco, mach den Job auf. Ich, ich, ich nehm, ich nehm den Pendleton für die, für die Badewanne. Ich wand. Robert! Wuh! Teilenlack, alter. Oh, lol, wart. Zehn Sekunden übrig. Komm, 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 komm. Einer vom eigenen Druck verbreitet. Einer vom eigenen Druck verbreitet. Einer vom eigenen Druck neutralisiert. Lol, Kaga, du, sorry dafür, alter. Ich dachte, die ist runtergegangen. Ich dachte, die ist diesen Move jetzt gebracht und das hab ich nicht gerafft. Wow, alter. Weiß einer will letzt... Mann, alter, das ist so sinnlos mit diesem Kackjäger-Klitsch, ne? Beschützt den Bio-Gefahrgut-Behälter um jeden Preis. Tripp, plopp, ich komme... Sit, geh weg, sit, geh weg. Das war Bob Baum, das hat er so verdient, dieser Huren-Glitscher, alter. War nicht der Glitscher. Der Iraner glitscht. Ist so. Ach so, ja, läuft, stimmt. Sorry, hab nicht früher. Verschwinden wir keine Zeit. Ja, nice. Hey, hey, sit, sit, ich hab die Idee für dich. Komm mal her. Hast du den in die Trend hier noch? Nein, 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 nein. Zeitschutz kann man hier sogar drauf sehen. Sponted. I don't like it. Wechselmagazine. War das die draußen, die Wanner? Ja, das war die Wanner. Tim, du haben ne Kontakt. Wieso höre ich da immer noch Schritte? I don't like it. Weil da noch einer ist? Egal. Komm mal, der bringt an, hier links. Ja. Wo ist der letzte? Hier draußen noch. Wink. Weißt du, wie wir nur Verteidiger gewinnen, weil wir Angreifer einfach nicht gewinnen können? Ach, Mann. Was? Ich sag das, das wär schon längst ein 4-0-Sieg. Ich drohne schon, ich drohne schon, ich drohne schon. Hier, Spill durch, Spill durch, Spill durch, Spill auf Ping. Und doch nicht mehr, doch nicht mehr, schon zu spät. WTF, der Schluck-Headshot, der Bandit. Bandit Fitness. Hat ausgebutscht. Wo ist sie? Warte, Ella, warte, Ella Falle. Oh. Marco, komm vom Fenster. Ella ist hier. Ella ist hier, warte, warte, ich fäng, ich fäng. Negativ. Oh, dahinter. Hat schon drei Hits. Der Hits ist draußen. Komm noch, Snake. Wo ist der Snake? Da. Ja, wow. Hat mega geklitscht. Kann ich mal jemand aus dem Drohnenloch holen? Ja, drohnenloch, drohnenloch, snack. Snack, 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 snack. Hey, da war grad einer bei Snake. Im Treppenhaus ist einer drin. Wendet's. Jetzt drohnenloch. Ey, meinte unten. Okay, mach das erstmal. Kann's auch mal, kann's auch mal hoch. Da liegt ne Leiche. Im Treppenhaus, weiter unten, weiter unten. Wer ist? Wer ist? Puma, Puma, im Treppenhaus kommt einer. Im Treppenhaus kommt einer. Im Treppenhaus ist einer. Aufpassen. Weiter unten, Amen. Hier ist er, hier ist er. Ja, schieß ihn doch ab. Schieß ihn doch ab. Puma, geh mal hier hinten hin. Geh mal ins Geldraum. In den Geldraum. Dass du löst du one springen kannst. Warte, drei, zwei, zwei jetzt. Hab sie. Okay, okay. Soll ich ihn holen? Lennart, drohnenloch, Lennart, drohnenloch. Ja, hol, mach, 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 mach. Hab ich, hab ich. Smock ist in dem kleinen Raum. Ist tot, tot. Nein, Smockdown. Lega, kann man durch drohnenloch holen? Nee, nee, nee. Viel weiter nach hinten, viel weiter nach hinten laufen, Lennart. Viel weiter nach, Ella. Das geht nicht viel weiter hinten. Geh doch einfach weiter nach hinten und dann Spray einfach durch. Bis drunter. Links in der Tür, in der Tür, glaub ich, in der Tür. Ja, es berührt einfach zu. Ja, jetzt, 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 wir musst runter. Spiel erstmal safe, äh, Snake. Fünf Sekunden übrig. Tim, du musst rein, Tim, du musst rein, Tim, du musst rein. Muss noch nichts. Ein Snake ist noch drin. Tim, mach auf das Jäcker. Wenn Snake stört, haben wir ein Problem. Tim, versuch mal einen Doktor holen jetzt. Dog ist über dir, Snake. Boah, dieses Schild bei... Ah, was willst du machen, Alter? Jetzt ganz ruhig, jetzt ganz... Team-Lay, Team-Lay. Einfach Team-Lay. Snake darfst nicht bieten. 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 Snake bleibt sich safe. Snake, du musst jetzt safe wieder. Du bleibt jetzt safe, Snake. Du machst gar nichts. Tim, geh mal rein und weiter nach rechts. So, dass du ihn von rechts vorm Schild holen kannst. Der ist noch rechts. Über Snake. Der Haupt da oben hinterm Schild. Hallo? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich bin noch Jäger. Tim ist über dir. Genau über dir. Tim, trau sich Leiter hoch? Wow, 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 wow. Alex versuch's. Beide drauf schießen. Snake und Tim drauf schießen. Jawoll! Ja, was denn? Was? Du Ruhl. Ach, sie war drinnen. Loool. Vor allem, dann wir aimed, ja? Auf Schildern, was da aufschießen. Sehr gut, das war... Ich dachte, der stand davor. Loool. Ich bin... Ich bin übel stolz. Das war einfach jetzt Teamplay as fuck. Fuse liegt an, Fuse liegt an, weg da, weg da. Guck mal, jetzt können zum Beispiel zwei neue Bänder da drin und dessen. Nochmal, Fuse liegt an. Einerseits sich da oben gerade, habe ich gesehen. Ich denke, der Safe wird eine Bombe nach oben glitschen irgendwann. Schild ihr das? Hä, Loool? Schild ihr das doch echt drinnen, alter? Ja, da war die. Wir tun uns ja... Wir müssen nur oben halten, dann haben wir den besten Vorteil. Ja. Und wir können oben halten, da die wahrscheinlich keine Twitch haben. Ja. Und wenn sie Twitch haben, ich habe noch einen Müt-Sensor. Solange wir oben halten, ist alles gut. Ich guck absolut weg, Mann! Ich guck absolut weg, Mann! Ganz ehrlich! Wie ist dein Männer schon tot? Ja, durch Ash. Ganz am Anfang durch Ash. Wollt gerade ins Trip-Club rennen und dann stand Ash vor mir. Weil Sid mich voll geheult hat, wenn du beendet bist. Auf jeden Fall deswegen. Erstmal im Sid-Club gehen, oder? Er hat 60 Leben verloren. Er hat 60. Er hat 60. Er hat 60. Er hat 60. Ich hab ihn verblitzt auf, Alter. Höre, 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 höre! Oh ja, oh ja, oh ja! Ja! Sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob das Blitz war. Ja, war's, 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 war's. Ne, es ist sicherer an 2 gewesen. Ja, Blitz wirkt noch. Doch, komm ich mal, doch komm ich mal. Marco, duck dich, Marco duck dich, Marco duck dich! Ich duck mich doch! Ne, soll ich mich hinlegen? Hinlegen! 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 Er spielt schon draußen bei! Der bleibt noch 5 Sekunden. Den Gegner vernünftigen! 2! Das war Rabe! Kommt Jungs, schafft ihr! Jungs! Ich und ihm! Ich liebe euch alle! Ich liebe das alle! Zeit abgelaufen! Der Behälter wurde nicht gesichert! Der Typ so Zeit abgelaufen! Der Behälter wurde nicht gesichert! Jetzt noch, Alter! Wow, wieder letzter! Ich glaub, dass Lennart sich hochgedroht hat. So wieder laberst, Alter! Diese Runde kommt auf YouTube, Alter! Dafür, dass du nur einen Assist mehr hast als ich! Jungs, diese Runde kommt auf YouTube, also! Tschüss! Macht's gut! Finde ich cool! Tschüss! Artergeil! 15 Punkte von Platin 2!